Wir kommen in Regua! Zu unserem heutigen Ausflug habe ich nicht nur eine Sehenswürdigkeit rausgesucht, die wir besichtigen werden, sondern gleich zwei. Das eine ist der Matthäus-Palast in der gleichnamigen Stadt Matthäus und das andere ist die Himmelstreppe in Lamego. Beides wirklich super, super spannende und vor allem beeindruckende Bauwerke, die ich vorher persönlich noch gar nicht kannte, die man aber auf keinen Fall verpassen sollte. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich hier schon die ganze Zeit meine Handtasche ins Licht präsentiere, dann ist das nicht etwa, weil ich neuerdings zur Modebloggerin gewechselt bin. Nein, sondern diese Handtasche besteht aus Kork und in ganz Portugal wächst die Kork-Eiche, also der Baum, wo das Kork abgebaut wird. Und somit ist Kork auch ein ganz wichtiger Bestandteil Portugals Industrie, aber auch Kultur. Überall auf eurer Aorosa-Flußkreuzfahrt werden euch also verschiedene Produkte aus Kork erwarten, zum Beispiel Handtaschen, Schmuck oder Portemonnaies. Die kleine Nymphe und ich begrüßen euch am Matthäus-Palast. Obwohl der Palast natürlich schon ein echter Hingucker ist, sind es die Gärten eigentlich noch umso mehr. Manchmal total wild und üppig bewachsen und dann aber wieder perfekt und auf den Zentimeter genau gestutzt. Und das ist jetzt wirklich wieder einer der Momente, in denen ich mich frage, kann es nicht bitte endlich Geruchsfernsehen geben? Ihr müsstet jetzt mal hier sein. Das riecht einfach überall so, so gut nach Rosen. Während der Fahrt zu euren Ausflugszielen habt ihr dann auch immer wieder so wundervolle Aussichten wie diesen hier. Zur Wallfahrtskirche von Lamego sind es nur wenige Stufen. Also, um genau zu sein, 686. Geschafft! Was für ein ereignisreicher Tag heute wieder. Wir hatten wirklich die ganze Bandbreite von wundervollen Sehenswürdigkeiten bis beeindruckenden Ausblicken über die Landschaft. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, jetzt nach den Treppen bin ich auch ganz schön k.o. Und deshalb würde ich sagen, ich erhole mich jetzt erstmal und wir sehen uns wieder im nächsten Video.